Was ist die agile Zwiebel? Tja, das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast. Ja, und bis vor wenigen Minuten wusste ich noch überhaupt gar nicht, was für ein Thema wir heute besprechen wollen. Also mir gehen gerade so ein bisschen die Themen aus. Also wenn du eine geile Idee hast, dann immer her damit. Schreib mir auf egal welchen Kanälen. Gerne auch auf marklöffler.eu oder geh auf meine Homepage marklöffler.eu aufs Formular und hau eine E-Mail raus. Weil dann habe ich wieder einen Backlog und kann ein paar Dinge für dich abarbeiten. Und diesmal habe ich es mir ganz einfach gemacht. Ich habe einfach mal gesagt, pass mal auf. Warum soll ich nicht mal in der Scrum Master Journey Community nachfragen und fragen, was ist so ein Thema, was dich mal interessieren würde, was ich gerne behandeln sollte. Und da wurde mir das Thema die agile Zwiebel vorgeschlagen. Agile Onion. Und wer das Ding noch nicht kennt, ich weiß ehrlich auch gar nicht, wer der Originator, der Originalautor von dem ganzen Ding ist. Vielleicht weiß jemand von euch, dann kann er es mir gerne sagen. Aber ich weiß es leider nicht. Aber ich möchte ein bisschen darauf eingehen, um was es sich bei dieser agilen Zwiebel handelt und warum ich persönlich auch das ein oder andere Problemchen bei dem ganzen Thema agile Zwiebel sehe. Die agile Zwiebel, wie es eine Zwiebel so ist, man hat die verschiedenen Zwiebelschalen, die ineinander greifen. Vom Kern der Zwiebel bis zu den äußersten Schalen. Und die Idee ist quasi, dass sozusagen die Dinge, die natürlich im Kern der Zwiebel sind, weniger sichtbar sind. Und in dieser agilen Zwiebel aber dann auch die Dinge sind, die mehr Macht, mehr Kraft und mehr Energie freisetzen. Und je weiter wir nach außen in dieser agilen Zwiebel kommen, desto mehr sichtbar wird das Ganze zwar, aber ist dann eventuell weniger kraftvoll. So, das ist die Idee der agilen Zwiebel. Und deswegen fangen wir mal von außen nach innen an und schauen uns das ganze Ding mal an. Denn die äußerste Schale der agilen Zwiebel sind Werkzeuge und Prozesse. Ja, warum ist das ganz außen? Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, wirst du wissen, Prozesse und Tools. Auf der rechten Seite des agilen Manifests, ja, sollte man sich nicht darauf fokussieren. Dann ist irgendwie logisch, dass da vermutlich nicht, sagen wir mal, die Kraft von agilen Methoden herkommt. Also Werkzeuge sind vielleicht sowas wie Delegation Poker oder Business Model Canvas oder, keine Ahnung, irgendwie ein Tool zum Backlog, zum Priorisieren. Solche Dinge. Einfach ganz klare Werkzeuge, aber eben zum Beispiel auch der klare Prozess, den man ja aus Scrum rauslesen könnte. Ja, hier Sprintplanung, Sprinten mit Dailies, ein Review hinten raus und dann Retro wieder von vorne loslegen. Der ganze Prozess. Das ist das, was in agilen Zwiebel ganz außen liegt. Eine Zwiebelschale weiter innen haben wir dann die Praktiken. Also solche Sachen wie zum Beispiel aus dem Extreme Programming Pairing, also Pair Programming. Oder Praktiken wie, ja, wir brauchen cross-funktionale Teams. Oder Dinge wie beispielsweise Planning Poker oder Magic Estimation, Silent Grouping, eine Definition of Done, was auch immer. So verschiedene Praktiken, die es ja tonnenweise im agilen Kosmos gibt. Dicke Bücher, die darüber geschrieben worden sind, die man sich da alle reinzwitschern kann. Das wäre quasi die zweitäußerste Schale. Und dann gehen wir auch schon Richtung dritte Schale, die wäre dann das Prinzipien. Also Prinzipien wie beispielsweise, ja, das Ganze basiert auf selbstorganisierten Teams. Oder es gibt einfach diese Thema hier mit den Feedback Loops, sprich überall Lernen einbauen. Sei es Richtung Prozess, sei es Richtung Produkt, sei es Richtung, wie arbeiten wir hier eigentlich gerade. Oder solche Sachen, wie das eben auch arbeitstransparent gemacht werden soll, beispielsweise. Oder eben all die vielen Prinzipien aus dem agilen Manifest. Ja, das sind alles diese Prinzipien, die dann auf dieser dritten Stufe gesehen werden. Dann, zum Thema Prinzipien natürlich, gibt es auch eine wunderbare Podcast-Folge von mir. Die nächste und die zweittiefste Schale wären dann das Thema natürlich Werte. Also wir kennen alle die berühmten Scrum-Werte beispielsweise. Respekt, Mut, Fokus, Offenheit, Commitment und solche Sachen. Oder andere Werte, die bei euch vielleicht im Unternehmen gelebt werden oder gelebt werden sollen. Was da so alles bei euch so unter anderem gibt. Und das wären quasi die Werte, die schon fast an der Mitte, dem, wie soll ich sagen, dem Herzen der Zwiebel steckt. Und dann im Kern das Mindset. Ja, wie ticken die Leute, welches Mindset bringen wir mit? Und wir kennen alle solche Sachen wie Growth Mindset und Fixed Mindset und so weitere Dinge. Oder auch eben Themen wahrscheinlich, welche Gewohnheiten gibt es im Unternehmen. Und ja, man könnte jetzt eben meinen, wenn man sich diese agilie Zwiebel anschaut, dass natürlich im Kern angefangen werden muss. Das ist zwar das, was am wenigsten sichtbar ist. Das Thema beispielsweise Prinzipien oder das Thema Werte oder dieses Thema, wie man es gerade gehört hat, Mindset. Und wenn wir nicht an diesem Thema Mindset arbeiten oder vernünftige Werte für uns definieren, dann können wir ja schon gar nicht agil arbeiten. Also es macht nur dann Sinn, irgendwelche Praktiken oder Werkzeuge oder Prozesse einzuführen, wenn auch der entsprechende Boden da ist, also auf dem das Ganze wachsen kann. Und es ist vielleicht auf der einen Seite nicht ganz falsch, weil ja, im Endeffekt braucht man das alles. Aber ich bin auch der Meinung, dass man durch die eine oder andere Praktik, durch das eine oder andere Werkzeug eben genau dieses Mindset mit der Zeit schaffen kann. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Und deswegen halte ich eben diese Zwiebel so ein bisschen für problematisch. Ich muss mir so meine Jacke ausziehen, wird warm hier heute. Obwohl es gar nicht warm ist, wir haben ja irgendwie 11 Grad hier draußen heute. Mitten im Sommer, August 11 Grad, ich weiß auch nicht, was los ist. Sondern die bedingen sich gegenseitig. Diese Prinzipien, Werte, Mindset und auf der anderen Seite eben die anderen Sachen wie Praktiken, Werkzeuge, Prozesse. Weil im Endeffekt wird es mir extrem schwer fallen, gerade im Unternehmen, wo vielleicht das agile Mindset noch nicht so richtig da ist, den Leuten zu sagen, pass mal auf, wir müssen jetzt hier kurze Feedback-Loops machen und wir brauchen eine große, gute Transparenz und, keine Ahnung, müssen alle uns respektieren und keine Ahnung was alles, ohne aber gleichzeitig konkrete Beispiele an die Hand zu geben. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von unter anderem von Scrum, weil Scrum zeigt vor allem Leuten, die noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung von agilen Methoden haben, wie man diese Prinzipien, diese Werte und dieses Mindset umsetzen könnte. Und ja, sicher ist es so, habe ich ja auch schon in meinem Podcast gesagt, dass es durchaus Teams gibt, die augenscheinig Scrum machen, aber nicht wirklich agil sind, wobei man auch sagen muss, dann ist es auch kein Scrum mehr, aber die sozusagen diesem Prozess von Scrum klar folgen, aber im Prinzip im Endeffekt doch nicht wirklich für sich was ändert, doch nicht wirklich die Prinzipien umgesetzt worden sind. Und das ist natürlich sehr schade, deswegen, ja, ich muss natürlich an beiden Dingen gleichzeitig arbeiten. Und das ist auch einer der Gründe, warum mein Passion-Modell entstanden ist, weil ich gesagt habe, es reicht eben nicht nur irgendwelche agilen Tools, Werkzeuge, Methoden einzuführen, sondern ich muss nämlich gleichzeitig auch dafür Sorge tragen, dass sich diese Umgebung mit ändert, dass eben auch dieses agile Arbeiten nicht gleich im Keim erstickt wird, sondern eben auch einen fruchtbaren Boden vorfindet. Und vielleicht ist es auch erst mal nur ein kleines Fleckchen irgendwo in der Ecke, ja, so ein kleines Beet, was man in der Firma irgendwie aufgebaut hat, wo das erste Agile-Pflänzchen dann wachsen kann. Aber wie gesagt, für mich gehen beide Dinge Hand in Hand. Ich halte es für einen großen Fehler, rumzulaufen und zu sagen, ja, weil wir hier kein agiles Mindset haben, kann es ja gar nicht funktionieren. Das ist ja einfach. Da könnte ich ja immer alles relativ schnell irgendwie an den Nagel hängen. Weil nur, weil ich jetzt jemandem zum allerersten Mal einen Hammer in die Hand gebe, deswegen bin ich natürlich nicht gleich zum Profi-Nägel reinhauer, das ist schon klar, aber er wird dann schon auch durch das mehrfache Nutzen dieses Hammers irgendwann so ein bisschen den Dreh rauskriegen, auf was kommt es an. Zum Beispiel dieses schwere Teil vom Hammer gehört auf den Nagel. Ja, ist vielleicht auch nicht jedem klar, aber wäre schon mal wichtig. Und keine Ahnung, ich muss den Nagel auf die und die Art reinhauen, dass er nicht irgendwie abbiegt oder abbricht oder was auch immer, dass ich möglichst gerade reinschlagen kann. Und ja, ich muss das vielleicht auch ein paar Mal machen und üben, bis ich irgendwann das Prinzip hinterm Nagel ins Holz schlagen verstanden habe. Und vielleicht brauche ich dann irgendwann auch keinen Hammer mehr dafür. Wer weiß. Weil ich irgendwann weiß, okay, das Prinzip ist eigentlich, ich muss irgendeine Form von komprimierter Kraft von oben auf den Nagel geben, damit er ins Holz getrieben wird. Und ich finde vielleicht irgendwann auch einen anderen Weg, das umzusetzen. Hammer haben jetzt schon ziemlich, Hammer, Hammer, genau, ist super. Also den Hammer gibt es wahrscheinlich schon ziemlich lang in der menschlichen Evolution. Er hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Also ich zweifle schwer dran, dass wir jetzt unglaublich neue Wege finden werden, den Nagel da reinzutreiben. Aber vielleicht gibt es ja ganz neue Möglichkeiten, irgendwie Dinge zu befestigen. Zum Beispiel die Schraube, die irgendwann mal aufkam. Oder der Klettverschluss. Oder, naja, weil am Ende geht es halt dann doch wieder nur darum, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Und da war vielleicht lange Zeit der nagelabeste Weg, aber gibt es vielleicht wieder bessere Wege. Und es ist dann, wenn man dieses Schuh-Hari-Modell wieder sieht, was ihr vielleicht auch kennt, wo man sagt, pass mal auf, du gehst eigentlich, wenn du, egal was du lernst, gehst du eigentlich immer durch diese verschiedenen Level. Schuh ist, du machst erstmal genau das nach, was man dir vorbetet. Im Karate, zum Beispiel im Kampfsport, da wird einfach genau das nachgemacht, was der Lehrer vormacht. Ohne vielleicht erstmal verstanden zu haben, was das gut sein könnte. Wer Karate-Kit gesehen hat, der alte Film hier mit Zaunstreichen, war ja nach einer Verteidigungstechnik beispielsweise. Oder in neueren Karate-Kit-Filmen, wo dann hier Jacke aufheben, Jacke aufhängen und solches Zeug gemacht worden ist. Wo man ja erstmal auch nicht verstanden hat als Schüler, warum mache ich das eigentlich? Um dann irgendwann die Erkenntnis zu bekommen, auf diesem Ra-Level, warum mache ich das eigentlich? Was ist die Idee dahinter? Diese Bewegung, dieses Tool, diese Praktik einzusetzen. Um dann vielleicht irgendwann mal so weit zu kommen, zu einem Vordänger zu werden. Zu sagen, okay, jetzt habe ich das Prinzip hierhin verstanden. Jetzt habe ich verstanden, welche Werte da hinten dran stecken. Jetzt habe ich da auch das Mindset entwickelt, auf was es hier drauf ankommt. Und jetzt kann ich vielleicht eigene Prozesse, Werkzeuge, Tools und Praktiken entwickeln. Ja, warum nicht? Ist ja auch völlig in Ordnung. Dann komme ich halt quasi vom Inneren der Zwiebel wieder nach außen, weil ich neue Ideen, neue Praktiken entwickle. Mache ich ja auch ständig, unter anderem das Scrum Master Journey. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht braucht es beides. Wenn ich nicht was an die Hand bekomme, wenn ich noch keine Ahnung habe, Entschuldigung, wie soll dann überhaupt erst dieses Mindset nach und nach entstehen? Das wird schwierig. Und klar gibt es manchmal diese glücklichen Fügungen, wo man vielleicht schon in ein Umfeld kommt, wo diese Werte und Prinzipien und auch das Mindset schon vielleicht da ist. Dann ist es vielleicht auch einfacher, agiles Arbeiten einzuführen. Aber man sollte eben nicht in diese Falletappen zu sagen, ja, wir müssen diese Zwiebel immer von innen auffüllen. Und solange wir hier kein Mindset haben, haben wir keine Chance, agil zu arbeiten. Das ist natürlich dann wahr, wenn sich für zwei, drei, vier, fünf Jahre daran nichts ändert und ich weiterhin nur auf dieser äußeren Schale rumtanze, ohne verstehen zu wollen, was da eigentlich noch drinsteckt. Dann höhlt so eine Zwiebel natürlich am Ende da doch aus und dann habe ich am Ende vielleicht doch nichts von. Und dann bin ich zwar augenscheinlich agil, aber wie gesagt, dann mache ich vielleicht was, ohne verstanden zu haben, warum ich das Ganze mache und dann wird es wahrscheinlich auch nicht den Nutzen generieren, den ich mir davon erhoffe. So, das mal zur agilen Zwiebel. Wie viel, weiß ich, Nutzen diese Zwiebel hat? Gute Frage. Ich finde es mal ganz nett, um mal so ein Bild zu haben. Aber eben auch gefährlich, weil man da vielleicht in die falsche Richtung denken könnte. Gut. Mehr fällt mir auch gar nicht ein zur agilen Zwiebel. Und vielleicht wird es heute mal ein bisschen kürzer von der Folge. Ich sehe, gerade eine Viertelstunde haben wir jetzt hier geschafft. Also, wenn du ein geiles Thema hast, eine geniale Frage, von mir ist es auch eine dumme Frage, wenn du denkst, es ist eine dumme Frage, völlig egal, es gibt keine dummen Fragen, dann einfach her damit. Schreib mir, schick mir was, twitter mich an, LinkedIn, was mich an, mir völlig Wurst. Einfach den Podcast jetzt beenden und mir direkt ein Thema schicken. Und dann freue ich mich drauf, wenn ich dieses Thema dann behandeln und beantworten darf. Ansonsten, du weißt Bescheid, wenn du auf deiner Scrum Master Reise weiter wachsen möchtest, besser werden möchtest, dann ist vielleicht meine Scrum Master Journey was für dich, mit mittlerweile über 5 bis 6 Stunden, näher sind mittlerweile über 6 Stunden Videomaterial, mit vielen Booklets, tollen Übungen, mit einer genialen Community of Slack, mit zwei wöchentlichen Q&As, um sich auszutauschen, in kleinen Gruppen, damit du nicht mehr allein bist als Scrum Master deiner Firma, sondern auch endlich jemanden hast, den du ansprechen kannst, mit dem du dich austauschen kannst, um eben einen Schritt weiter zu kommen. Oder auch gerne im One-on-One mit mir, im schönen Scrum Master Mentoring. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Ich kann nicht mehr sprechen heute, ich weiß auch nicht. Und wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag, wenn es morgens sein sollte, dann halt die Ohren steif, viel Spaß, weil egal was du heute so treibst, wenn es bereits abends ist, hey dann super, freue dich aufs Bett, aufs Schlafen und auf morgen mit neuer Energie losstarten. Mich macht es total happy, wenn ich sehe, Leute laden sich das Zeug hier runter, hören sich es an und es kommt regelmäßig mal Feedback zurück. Und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst, bitte nicht vergessen zu abonnieren, da sehe ich immer, wie die Zahlen dann hoch oder runter gehen, hoch motiviert mich natürlich, wenn wir runter, ist klar, fleißig weiter runterladen, weiter geniale Folgen anhören. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist oder bei der Scrum Master Journey aufschlägst. Bis dann, der mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal. Nachbar ist die Zahl 3-Sterne-Bewertung. Die Zahl 3-Sterne-Bewertung ist die Hilfung. Vielen Dank.